Ja, liebe YouTube-Freunde, was läuft da weiter beim Bauer Aussie? Blumenfeld ist da angesagt, arbeiten auf dem Blumenfeld. Wir wollen da noch Sonnenblumen, Sähen und Gladiolenpflanzen, also Klööfe. Die Knolle, das sind Knollen, die wir da pflanzen wollen. Er ist bereit zum Pflanzen und hier sollen Sonnenblumen gesät werden, es ist grob trocken. Ich kriege das einigermassen rein, ohne dass die Erde zu Staub wird, das ist auch nicht gut. Ja, da mit meiner kleinen Bodenfräse will ich das machen. Hier noch meine Futtererzen, Eiweißerzen, die werden da in den nächsten Tagen, vielleicht bis Ende der Woche auch gedroschen. Ich habe zwei im Mund, die sind steinhart. Da ist das gut. So sehen die aus. Selten im Hintergrund. Fertig. Fünf vor zwölf. Es gibt Mittagessen. Sobald nach Hause waren. Sobald nach Hause waren. Sobald nach Hause waren. Sobald nach Hause waren. Dann hatten wir die Minderung.